Ja, und die ganze Welt spricht von Glück und in der Persönlichkeitsentwicklung geht es die ganze Zeit um Glück. Ist dein Glück wirklich das Ziel im Leben? Geht es im Leben um Glück? Was ist deine größte Sehnsucht im Leben? Das ist eine große Frage, oder? Und das ist eine Frage, die ich mir schon mein ganzes Leben lang stelle. Was will ich eigentlich wirklich? Und mit Sehnsucht meine ich nicht Hoffnung. Hoffnung ist das, was aus dem Verstand kommt. Wie viele von euch haben schon mal Hoffnung gehabt? Hoffnung, dass irgendetwas besser wird? Ja. Und wie viele von euch hatten schon mal eine Sehnsucht wahrgenommen in euch? Ja, vielen Dank. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was ist der Unterschied? Hoffnung ist das, was aus dem Verstand kommt. Sehnsucht ist das, was aus deinem Herzen kommt. Sehnsucht ist das, was in dir brennt. Und mal ganz ehrlich, was sind so eure Sehnsüchte? Was habt ihr für Sehnsüchte? Bitte? Zeit haben. Hm, was noch? Freiheit. Was lässt euer Herz so richtig pochen? So richtig schnell werden? Nimm diese Frage mit nach Hause oder überleg dir mal in den nächsten Minuten, was deine Sehnsucht ist. Die größte Antwort oder die häufigste Antwort, die ich bekomme, ist, ich habe die Sehnsucht, endlich ich selbst sein zu können. Endlich echt zu sein. Endlich zu sein, wer ich wirklich bin. Doch das größte Problem, glaube ich, und das sehe ich, wenn ich mit so vielen Menschen arbeiten darf in den letzten Jahren, gerade auch durch die letzten Jahre, ich glaube, das größte Problem, was wir da draußen finden, das kannst du für dich selber prüfen. Weil ich bin nicht derjenige, der alles weiß. Ich glaube, das größte Problem ist, dass die Menschen den Kontakt zu sich selbst verloren haben. Sich selbst nicht mehr wirklich fühlen können, sich selbst gar nicht mehr richtig kennen, nicht mehr wissen, wer sie sind. Und ich möchte heute drei Fragen beantworten. Die erste Frage ist, was ist eigentlich diese Verbindung zu dir selbst? Die zweite Frage ist, warum verlieren Menschen das oder warum habe ich das vielleicht auch in meinem Leben verloren? Und die dritte Frage ist, was kann ich tun, um wieder zurück in die Verbindung zu kommen? Weil ich glaube nicht, dass das nur für ein paar Menschen vorherbestimmt ist. Dass nur ein paar Menschen dieses Glück erfahren können, in die Verbindung zu kommen. Wenn du Menschen fragst, was ist dein Ziel im Leben, was hören wir da ganz oft? Was hören wir da ganz oft? Erfolg. Jetzt. Geld. Yes. Okay, was auch immer. Ja. Ja. Ganz oft ist es auch so dieses, ja, ich will einfach glücklich sein. Glück. Ja, und die ganze Welt spricht von Glück. Und in der Persönlichkeitsentwicklung geht es die ganze Zeit um Glück. Ist denn Glück wirklich das Ziel im Leben? Geht es im Leben um Glück? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass es im Leben mehr darum geht, das Leben zu leben. Ja, und egal, ob es das Glück ist oder ob es irgendetwas anderes ist, alles anzunehmen im Leben, was da ist. Und was ist dieses in Verbindung mit dir sein? Ja, dazu möchte ich dir eine Geschichte erzählen, die ich jüngst gehört habe. Fand ich super schön. Ist erst ein paar Tage her. Und diese Geschichte ist eine Geschichte, die sich die Sufis damals erzählt haben. Die Sufis ist eine Richtung der Mystik im Islam. Und diese Sufi-Geschichte geht folgendermaßen. Pass auf, ich erzähle die einfach so, wie ich die so cool finde, okay? Weil ich stehe auf der Bühne, ist meine Geschichte, also kann ich dir erzählen, wie ich die möchte. Es war einmal ein indischer König. Und dieser König hat in seinem Hof ein Konzert veranstalten lassen, wo ganz viele Musiker hingekommen sind und aus Leidenschaft ihr Instrument gespielt haben und eine tolle Zeit hatten. Und während des Konzertes ist dem König ein Musiker ganz besonders aufgefallen. Und das war der Musiker, der völlig losgelöst und völliger Leidenschaft die Sita gespielt hat. Sita ist so ein gitarrenähnliches Instrument. Ich bin nicht so der Musiker, ich kann das nicht richtig erklären, aber das ist so hier unten ist so wie die Gitarre und dann so ein langer Stiel und da zupft man dann so dran. So würde ich das erklären. Mein Gott, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Egal. Und dieser Sita-Spieler hat gespielt wie ein junger Gott. Und nach dem Konzert geht der König zu dem Sita-Spieler und sagt, wie hast du so Sita-Spielen gelernt? Wo kann ich das so lernen? Wie geht das? Wie ist das überhaupt möglich? Und der Sita-Spieler sagt, ja, ich habe einen Meister. Von dem habe ich das gelernt. Der König sagt, ja, wo ist der Meister? Ich möchte, dass der Meister zu mir zur Hofe kommt. Und dann sagt der Sita-Spieler, nee, nee, der Meister, der kommt nicht zur Hofe. Ja, aber wieso? Ich bin der König, der muss doch kommen. Nee, wenn du den Sita-Spieler, den Sita-Meister hören willst, dann musst du zu ihm gehen. Na, und wie das immer so ist in diesen Geschichten, dann tagelange Reise und durch die Steppe und so weiter. Und dann kommen sie irgendwann an diese Baracke, an dieses Häuschen von dem Sita-Meister und hören den Sita-Meister schon spielen. Und er spielt wirklich. Hast du schon mal jemanden auf einem Instrument gehört und du bist da hingeflossen? Ja. Und genau so war das. Und der König ist da hingeflossen. Und sie hören Stunden um Stunden zu, weil der Meister hört gar nicht auf zu spielen. Und nach einigen Stunden ist es vorbei und die gehen schlafen. Und am nächsten Morgen fragt der König den Sita-Spieler, jetzt verrat mir endlich das Geheimnis. Wie kann der Sita-Meister denn so krass spielen? Ich weiß jetzt nicht, ob der König so krass gesagt hat, aber das ist, wie ich gesagt habe, meine Geschichte. Und wie kann dieser Sita-Meister so krass spielen? Und der Sita-Spieler sagt, jetzt zähl dir das Geheimnis. Der Meister spielt für niemanden. Der Meister spielt, weil er liebt, was er tut. Der Meister spielt für Gott. Und das ist der Moment, wo du in Verbindung bist, uneingeschränkt, 100% mit dir. Und jetzt gibt es diese Stimmen, die vielleicht sagen so, ja, aber es geht doch nicht immer, wenn jeder das, wie oft höre ich das? Es geht doch nicht darum, dass jeder tut, was er liebt. Wer räumt denn dann noch den Müll weg, wer macht und so weiter. Ich glaube, dass jeder seine Aufgabe hat hier in diesem Leben. Und jeder auch die Aufgabe hat, diese Aufgabe zu finden. Und in dem Moment, wo du den Kontakt zu dir verloren hast, ist es schwierig, diese Aufgabe zu finden. Und es gibt letztendlich zwei Gründe dafür, beziehungsweise es gibt zwei Bedürfnisse, die sich so gegenseitig so ein bisschen torpedieren, die dafür sorgen, dass du den Kontakt zu dir selbst verlierst. Und diese zwei Grundbedürfnisse, nenne ich sie mal, kommen gar nicht von mir. Es gibt einen ganz, ganz tollen Psychologen und Therapeuten in Kanada. Gabor Maté hat wundervolle Bücher geschrieben. Highly recommend, also große Empfehlung, sich die Werke von ihm anzugucken. Und er spricht über folgende zwei Grundbedürfnisse. Er spricht darüber, dass es ein Bedürfnis gibt. Und dieses Bedürfnis ist das Bedürfnis, dazu zu gehören. Da fehlt ein dazu zu, ja, also dazu gehören. Das ist das Bedürfnis, ja. Wir sind soziale Lebewesen. Wir wollen irgendwie zusammen, wir wollen Gemeinschaft, wir wollen irgendwo dazugehören. To belong. Irgendwo zu jemandem dabei sein, dazu gehören. Und deswegen fangen wir irgendwann an, Dinge zu tun, nicht weil wir sie wirklich tun wollen, weil es unsere wahre Natur ist, sondern weil wir glauben, dann gehören wir dazu. Wie viele von euch, mal ganz ehrlich, haben schon Dinge getan in ihrem Leben, aus der Motivation, dann bin ich nicht mehr allein, dann gehöre ich irgendwo dazu, bei einer Gruppe. Wie viele von euch hatten sowas schon mal? Und wenn du ganz ehrlich bist, vielen Dank, haben wir das alle einmal schon getan. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Das ist total okay. Es ist sowieso nichts Schlimmes im Leben. Ja, wenn du bewusst Dinge tust, kannst du alles tun. Ja, dazugehören. Und das zweite Bedürfnis ist das Bedürfnis, wirklich authentisch zu sein. Und was meine ich damit? Authentisch zu sein als Begriff, echt zu sein, so zu sein, wie ich wirklich bin. Authentischer Selbstausdruck. Wie ist das bei kleinen Kindern? Kümmern Sie sich darum, ob Sie dazugehören mit drei? Meine Tochter ist dreieinhalb Jahre, die interessiert das gar nicht. Die interessiert nur das. Boah, hier bin ich. Ich will tanzen. Oder was auch immer. Schreien. Dasein. Authentischer Selbstausdruck. Das Problem ist, wenn wir dem Bedürfnis folgen, dazuzugehören und andauernd im Außen sind, fällt es uns dann leichter oder schwerer, authentisch zu sein. Schwerer. Weil wo geht der Fokus hin? Nach innen oder nach außen? Ja, wenn der Fokus nach außen geht, wie willst du dann mit dir im Kontakt sein? Das funktioniert nicht. Und es gibt sicherlich noch so viel mehr Gründe, die dazu führen, dass du den Kontakt zu dir selbst verlierst oder dass Menschen das tun. Und ich will das Feld gar nicht so weit aufmachen, weil normalerweise brauche ich dafür so vier, fünf Tage Seminar. Ja, aber wir machen hier den kurzen Ab-Dings so, ja? Kurze Abkürzung nehmen wir hier. Weil viel, viel wichtiger als warum ist das jetzt alles so passiert und was ist das, ist ja das, was du dafür tun kannst. Und ich möchte noch mit einer Sache noch ein Statement machen, bevor ich euch drei Schlüssel mitgebe, die dafür sorgen können, dass du wieder zurück in den Kontakt kommst. Und das ist so dieses ganze Feld der Persönlichkeitsentwicklung. Vielleicht mache ich mir damit auch gerade keine Freunde, aber es ist auch okay, kann ich mit leben. Freunde habe ich genug. Persönlichkeitsentwicklung. Persönlichkeit. Woher kommt eigentlich dieses Wort von Persönlichkeit? Wenn du so den Wortstamm ein bisschen zurückverfolgst und ins Lateinische gehst, dann siehst du, dass Persönlichkeit in Persönlichkeit persona steckt und persona heißt Maske. Maske. So, und was verstehen wir oft unter Persönlichkeitsentwicklung? Unter Persönlichkeitsentwicklung verstehen wir oft, wir schleifen an unserer Persönlichkeit. Wir machen unsere Persönlichkeit besser. Vielleicht machst du mal einen kompletten Shift und überlegst mal, ob du nicht eine Persönlichkeit Entwicklung machst. Und zwar dich von der Persönlichkeit zu entwickeln. Dich davon zu befreien. Weil deine Persönlichkeit ist letztendlich die Strategie, die du gelernt hast, um in deinem Leben zu überleben. Und vor allen Dingen in den ersten Jahren. Und diese drei Schlüssel, die ich dir mitgebracht habe, die helfen dir dabei. Seid ihr heiß auf die Schlüssel? Ja, bestimmt. Also ihr seht schon ganz heiß aus. Schlüssel Nummer eins. Vor vielen Jahren habe ich das erste Mal Persönlichkeitsentwicklung, damals noch Persönlichkeitsentwicklung, kennengelernt. Und ich war auf einem großen Seminar mit Zehntausenden von Menschen. Da stand ein amerikanischer Guru vorne. Und der hat, wow, Chaka und Let's Go gemacht. Und seitdem kriege ich seinen Newsletter. Kennt das jemand? Ihr macht einmal was, meldet euch an und kriegt dann immer Newsletter. Ja, kennt ihr? Ja, ist halt, wie es ist. Aber diesen Newsletter, es gibt ja auch Newsletter, die verschwinden irgendwo. Ich will nicht über Newsletter reden. Komm. Und in diesem Newsletter steht immer ein Satz drunter und der ist so eingängig. Da steht immer drunter Live Life Fully. Lebe das Leben voll. Vollkommen. Und das ist für mich auch der erste Schlüssel, den ich dir mitgeben möchte. Weil was lernen wir in unserer angepassten Gesellschaft, gerade in der westlichen Welt? Wir haben hier unsere Lebensausschläge. So, das läuft mal richtig kacke und dann läuft es mal richtig geil und dann ist hier und dann ist ein bisschen Nullzone und dann ist hier wieder und so. Wie viele noch, ich kenne das, dass das Leben manchmal so läuft. So, ja, und dann fühlst du richtig tief. Da ist Schmerz, da ist Traurigkeit, da sind vielleicht irgendwelche Dinge, die passiert sind, die schon lange her sind. Ja, die sind hier unten und dann sind hier oben ganz viele euphorische Dinge. Und was macht unsere Gesellschaft? Zack, zack. Diese Range ist okay, alles andere ist nicht erlaubt. Und dann passiert mit uns etwas, was Vera F. Birkenbiel schon vor vielen, vielen Jahren, sie hat ein ganz tolles Schaubild, jetzt muss ich nicht richtig Gas geben, ganz tolles Schaubild gemacht. Sie hat gesagt, wenn wir auf die Welt kommen, dann sind wir in unserer Essenz, in unserem ganzen Sein. und dann passiert Erziehung, dann passieren unsere Systeme, dann passiert eben unser Leben, Dinge, die wir nicht dürfen. Und es ist dieser Prozess von normal machen. Sie hat diesen Satz geprägt, dann hat man sie eben normal gemacht. Und vielleicht fühlst du das selber für dich ein bisschen, weil ich mache das jetzt gerade ein bisschen schnell, aber in welchen Bereichen deines Lebens fühlst du dich normalisiert? In welchen Bereichen deines Lebens wünschst du dir lieber mal auszubrechen? Aus dieser Range hier rauszukommen? Live life fully, alles anzunehmen, jede Emotion, die da ist. Normalisieren. Das war diese Richtung. Weil du kannst den Weg auch umkehren. In diese Richtung. Hier steht Selbsterkenntnis. Der Weg zurück ist einfach zu erkennen, wer du bist. Und das ist auch der zweite Schlüssel. Zurückzukommen in deine wahre Natur. Osho hat mal den Satz geprägt, wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, wir sehen die Welt, wie wir sind. Wir sehen die Realität nicht, wie sie ist, wir sehen die Realität, so wie wir sind. Durch all unsere Filter, durch all unsere Konditionierungen, durch all die Dinge, die wir in unserem Leben gelernt haben. Und deswegen können wir gar nicht mehr sehen, was wirklich da draußen ist. Zurückzukommen zu deiner wahren Natur heißt auch, dass es nicht nur Licht gibt, alle wollen immer ins Licht. Ja, zack hier Licht, ich bin erleuchtet. Wahre Erleuchtung findet dann statt, wenn du dir auch deine dunklen Seiten anguckst. Ja, das hat Carl Gustav Jung schon gesagt, vor 100 Jahren. Ja, der erste Schritt in die Erleuchtung ist der Schritt durch die Dunkelheit. Uh, wollen wir alle nicht. Nee, wir wollen ja coole Persönlichkeitsentwicklung machen. Da ist immer Tschakka und so da drauf. Nee. Alles. Dann kommst du zurück zu deiner wahren Natur. Und der dritte Schlüssel, und das kennt vielleicht der ein oder andere, den möchte ich dir mitgeben, der ist sehr, sehr simpel und doch so schwer oft in unserem Leben. Der dritte Schlüssel ist, dass du für dich lernst, ein klares Nein zu sprechen. Ein klares, aufrichtiges Nein. Wie viele von euch haben manchmal Schwierigkeiten, einem guten Freund abzusagen, wenn irgendwie was ist? Mal ganz ehrlich. Vielen Dank. Stell dir vor, wir sind gut befreundet, ich komme morgen in deine Stadt, ja, und du hast aber die ganze Nacht irgendwie durchgefeiert, das war die Party des Jahrhunderts, und du hast auch wirklich eine ganz tolle Zeit gehabt, und am nächsten Morgen rufe ich dich an, über, hey, ich bin in der Stadt, wir sind gut befreundet, lass uns zum Kaffee treffen. So, und was machst du dann, wenn wir richtig gut befreundet sind, in 90 Prozent der Fälle? Ich habe einen riesen Kater, das sagst du nicht, ich habe einen riesen Kater, ich fühle mich gar nicht danach, aber gut, okay, du bist ja nur einmal da. Wie viele von euch haben schon mal so Situationen hinter sich? Mal ganz ehrlich, ja? Ein Nein zu jemand anderem, ein Nein zu etwas, was du nicht willst, ist immer ein Ja zu dir selbst. Und je öfter du diese Neins verteilst, desto öfter sagst du Ja zu dir selbst. Das ist etwas, was du für dich lernen kannst. Zum Schluss eine kurze Geschichte. Ich war Anfang des Jahres in Brasilien, habe acht Tage ein richtig krasses Retreat gemacht und habe mich mit meinen dunklen Seiten und mit meinen lichtvollen Seiten auseinandergesetzt und ich habe in diesem Retreat eine Entscheidung getroffen und das ist, mit meinen Kindern zu tanzen, mit meinen Kindern im Wohnzimmer zu tanzen, meine Tochter zu nehmen, auf den Arm zu nehmen und einfach eine tolle Zeit zu haben, um ihr zu zeigen, hey, es ist alles erlaubt, hier ist alles da in diesem Haus. Und dann bin ich zu Hause und zehn Tage später bin ich draußen laufen und ich erinnere mich an diese Entscheidung und weiß, ich habe das immer noch nicht gemacht und treffe in dem Moment die Entscheidung, dass ich nach Hause gehe und das Erste, was ich mache, ich schnappe mir meine Tochter, ich ziehe mir mein T-Shirt aus, ich drehe die Musik auf und dann machen wir einfach Party. Und das haben wir gemacht und es war die geilste Party meines Lebens. Meine Frau hat zugeguckt. Und zehn Tage später sitze ich auf der Couch und meine Tochter kommt zu mir, sitzt bei mir auf dem Schoß, guckt mich an und sagt, Papa, wir haben getanzt. Wir haben zehn Tage nicht darüber gesprochen. Völlig aus dem Nichts bei einem dreieinhalbjährigen Kind. Alles, was du tust, was mit dir verbunden ist, wenn Kinder in der Nähe sind, hat einen Effekt. Alles, was du nicht tust, was aber eigentlich deine wahre Natur ist, hat einen Effekt. Und mein Wunsch ist, dass du heute hier rausgehst und diesen Schritt machst hin, dein Leben vollkommen zu leben, vollständig zu leben, alles anzunehmen, was da ist und treu nach dem Satz zu leben, wahres Glück ist das natürliche Ergebnis davon, echt zu sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.